Herzlich Willkommen, liebe Freunde des gepflegten D-Pads. Ich bin der Thorsten und ich habe einen kleinen Schmankerl für euch. The one and only Goat Simulator. Und was soll ich euch sagen? Ich habe es noch nicht gespielt und deswegen möchte ich, dass ihr daran teilhabt, wenn ich jetzt auf diesen Play Button drücke. Oh mein Gott. Es existiert. Okay. Jumping. Jump over an Obstacle. Oh. What the fuck? Reach for the clouds. Boink. Aha. Yay. Okay. Knock an object quite far. Okay. Okay. Renn, renn, renn. Boats. What the fuck? Das ist der Scheiß. Okay. Look at how sie quite far. Okie dokie. Headboard track. What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Okay. Okay, wenn ich vielleicht mit Anlauf... Warte mal. Warte mal. Mit Anlauf den Briefkasten und... Hallo, ey, hoppala. Aua. Nicht ganz. Boink. Das ist bescheuert. Oh. Oh. Ah. Oh. Nasty. Yay. Hey, Before I was successful front or back flip Yeah, totally got sit on me Get kind of a big ass combo oh In a gout fuck your shit fuck your fuck your shit Shit okay also ich habe nicht viel erwartet So dass zu sagen Ich muss jetzt wohl für sechs Sekunden in der Luft bleiben. Okay, wie? What the? What the? What the? Was ist so... Was? I don't even know what is going on knock an object really far oh ah du scheiße was ist das für ein blödsinn okay ich hab ja auch nichts erwartet von diesem scheiß aber das ist echt geil oh also es hat ein bisschen was von Amazing Frog diesen Anreiz dass das alles eigentlich total schlecht ist yeah das war gerade eine Ziege die eine Leiter hofft weil weil Goat Simulator oh oh nein oh nein jetpack oh mein Oh mein Gott Raketenbetriebene Ziege ich werd nicht mehr ist das denn oh mein Gott ha 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 eh say to the okay text to speech Fuck the fuck Yep, du sagst das, text What the fuck Oh no Oh. Okay. Trampolinziegel ist nicht so leicht. Erdteil. Er zum Geier stellt ein Trampolin in einen Swimmingpool. Er macht so einen Scheiß. Und warum zum Geier versuch ich den Kack, der hier angezeigt wird? Aber das ist echt... wirklich ein Amazing Frog. Oh. Okay, das mit 6 Sekunden in der Luft bleiben ist doch schwieriger als ich dachte. Ich komme immer auf T. So eine Scheiße. Alright. Was für eine Scheiße ist das? Motherfucking God Civil Sorry Also mehr als what the fuck kann ich hier eigentlich nicht so sagen Leute, das existiert Ihr könnt das für 10 Euro bei Steam kaufen Ich meine, ich weiß, das Spiel ist ein Scherz, aber Heiliger Scheiße Woohoo Das ist auch geil Das ist auch geil Oh 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 Nein, Michael Bay, you know what to do Scared the shit out of them Scary goat Gut Ich werde ganz schön Wo Das war Da Wo Das war Was Jenny Put To Die Die Ich glaube, das ist gerade der Witz von dem scheiß Jetpack, dass man den Kack nicht kontrollieren kann. Ich glaube, das ist gerade der Witz von dem Scheiß. Ich muss ja irgendwie Höhe gewinnen. Ey, das ist ein Blödsinn! Wie kommt man auf sowas? Oh! you I'm a goat fuck your shit es ist irgendwie also ja das ist okay hier macht einer aus irgendeinem grund dauernd donuts und bei hilder ich will jetzt diesen 50 meter scheiß kack auf diesen kack hier kack auf dein scheiß haus ich bin eine raketen betriebene ziege wie auch irgendwie sehr fast so Zunge Tony Hawk's Pro Goat Tony Hawk's Pro Goat Ah... Ernsthaft, wtf?! Ich... Ich glaube, hier sollte ich gar nicht hin Oh, was steht da? Low Gravity Testing Facility Ich glaube, da muss ich mal hin Hoffe ich Like Zlatan Ich muss auch hin, Arass Ich muss auch hin, Arass Ich muss auch hin, Arass Aha, das ist der Eingang für Solid Snake hier wohl. Diese Musik ist so dämlich. Oh mein Gott! Warum existiert das nochmal? Ich verstehe nicht ganz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Äh. Die Schatten sehen aber nicht so aus, als sollten die so. Oh, 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 oh. Oh Ja Oh 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 Okay mal abgesehen davon Das das Clipping hier vollfällt Ich sehe gerade da oben Ich sehe gerade da oben So Scheiße aus Ich liebe es Ich glaube ich wage einen Sprung von hier oben Weil dann habe ich glaube ich auch Wenn ich es bis Kassa oben schaffe Gibt es doch nicht Gibt es doch nicht Ich weiß dieses Spiel ist ein Scherp Ich weiß dass das nicht ernst gemeint ist Ich verstehe es trotzdem nicht Oh Hey Der ist fast drin Perfekt Also erstmal Ba Ba Bam Ich häng ja fest Ich häng ja fest Ich meine Ihr seht das hier Was Ich Ich frage mich ob es irgendwas gibt All All das was All diese Challenges All das was Ich habe Ich habe das Schraube Schraube Ich habe es Schraube Ich habe es Schraube Ich bin immer noch eine raketenbetriebene Ziege. Was zum Geier. Ah, shit. So far. Ich muss sagen, ein... Ich sinne... Fickt euch! Ich will da rein. Ah, space gold! Ow, ow, ow. Wow. Wow. Okay. Baa Baa motherfuckers fuck your shit Ahhhh I think he hang fast Ahhhh Flappy got none ernsthaft okay ich glaube das würde gehen wenn ich ja ich ja 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 Ich mein f-fucking Flappygoat. Ein anderer Goat, find ich Goat. Ich find vor allen Dingen das mit dem Score so toll, das ist nur ne Frage der Zeit bis ich das geschafft habe. Ich mein ihr seht das hier. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Ihr seid ne fucking Goat. Ihr seid ne fucking Ziege. Ich hab mir einfach so viel Kack versuch kaputt. Was soll ich das? Was soll ich das? Ich weiß auch nicht, so geht das wahrscheinlich die ganze Zeit weiter. Also in diesem Sinne Goat Simulator. Ich weiß echt nicht, was ich dazu noch sagen soll außer What the fuck? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.